Hallo, wir gehen jetzt gemeinsam die Akkorde aus dem Buch Akustik Gitar 1 von Fockenreiter Verlag der Reihe nach durch. Immer in einer Pause sage ich dir, wie der nächste Akkord heißt, dann spiel ihn viermal, beginne mit C Major 7. E-Moll G6 A-Moll C-Dur G7 E7 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 D7 E7 E7 G7 Gmaj7 G6 A-Dur A7 D-Dur H7 Englisch B7 F-Dur D-Moll D-Moll D-Moll7 A-Moll7 D-Moll7 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 D-F5 D-Moll7 D-Moll7 G5 D-Moll7 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 E5 Akkord E7 Akkord E-Sus, Suspended Force, D4 So, geschafft! Das war's. Versuche, diese Übung so lange zu machen, bis du in dem gegebenen Tempo durchkommst, ohne zu überlegen. Am besten auch, ohne auf die linke Hand zu gucken. Wenn dir rechtzeitig die Akkorde einfallen, ist das aber auch schon sehr, sehr gut. Bis zum nächsten kurzen Video. Tschöööö!